So, schauen wir uns auch nochmal ganz schnell die Multimedia-Funktion an. Was können wir hier zu sagen, was kann dieses Gerät erstmal? Wir haben hier Beats Audio, darauf möchten wir achten, wenn wir jetzt gleich den Musikplayer mal testen. Außerdem haben wir hier einen 1,2 GHz Quad-Core Qualcomm Snapdragon 200 Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher, nur 4 GB internen Speicher, wie das Ganze in der Nutzung aussieht. Also gleich mit ein paar Spielen und Benchmark-Test machen wir auch noch. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, einen Kindermodus einzustellen. Damit möchte ich kurz anfangen. Da habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, dass ihr einen Kinderbereich einstellt. Ihr könnt quasi eurem Kind einen Namen geben. Ich habe jetzt hier so einen ganz typischen Kindernamen, Kindi, gewählt. Typischer Kindernamen, wie gesagt, da wählt ihr quasi eure Einstellung, wie ihr es wollt, wie eure Kinder heißen und so weiter. Und dann könnt ihr einstellen, welche Spiele es spielen kann, welche Videos es gucken kann. Es kann hier malen und so weiter. Also Bücher lesen. Aufpassen, welche Apps ihr hier reinlegt. Hier zum Beispiel Dump Ways to Die habe ich hier sämtlich reingepackt. Das sollten die Kinder natürlich nicht sehen. Auf jeden Fall in einem gewissen Alter noch nicht. So. Ihr könnt dann natürlich auch hier wieder rausgehen. Einmal raus-xen. Und einen sehr geheimen Code hier eingeben, nämlich euer Geburtsjahr. Wenn euer Kind alt genug ist, dann würde ich da einen bestimmten anderen Code eingeben. Gehen wir mal auf den Musikplayer und zwar haben wir den hier, Musik. Gehen hier auf einen Interpreten, spielen das Ganze mal ab. Gehen hier auf einen Interpreten, spielen das Ganze mal ab. Also das Smartphone ist schon laut, der Klang ist in Ordnung. Finde ich jetzt erstmal über die Box gar nicht so schlecht. Allgemein habt ihr hier aber keine Möglichkeit, Klangoptimierung vorzunehmen bei diesem Player. Wenn ihr jetzt einen Kopfhörer reinsteckt, hier oben, dann erscheint das Symbol, was viele von euch vielleicht anmacht. Weiß ich auch nicht. Und zwar der Kopfhörer. Scherz. Eigentlich kommt er gleich. Noch ein anderes Symbol. Und zwar so ein kleines B. Ich gehe da nochmal drauf. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Das war jetzt YouTube versehentlich. Aber auch bei YouTube erscheint eigentlich dieses B für Beats Audio, denn hier ist das Soundsystem von Beats bei Dr. Dre integriert. Hier seht ihr das. Und das Ganze erscheint auch beim Musikplayer. Ich fand nur, dass jetzt bei dem Sound hier von The Box Fox das Ganze nicht so gut klang. Da seht ihr das. Bei anderen Songs, jetzt bei YouTube, Motrip, Guten Morgen NSA, klang es ziemlich cool. Da war der Beat sehr cool hier bei dem Lied nicht. Könnte vielleicht an dem Lied liegen, an der Aufnahme. Aber ihr habt auch keine Möglichkeit, das hier zu optimieren, obwohl wir hier Beats Audio haben. Ihr habt natürlich hier noch Play Music von Google, wo ihr dann Musik auch streamen könnt. Eure Playlisten hatten, meine Musik und so weiter. Und zwar spielen wir jetzt einfach mal ein Spiel. Schauen, wie das so läuft. Ich habe versucht, größere Spiele runterzuladen im Play Store, wie Six Guns oder Dead Trigger. Und dann ist der Play Store immer abgestürzt. Ich habe mehrere Male das Ganze versucht. Gehen wir mal auf Tempel Run, schauen uns das Ganze an, wie das läuft. Und danach folgt der Benchmark-Test. Und dann wähle ich mal auf. Und dann kann man sich auf! Also hier bei dem Spiel erstmal sehr flüssig. Spielen wir nochmal hier Dumbway to Dice, so hier steht's, ganz lustig, das ist so ein Geschicklichkeitsspiel, irgendwie meint das immer falsch, bei dem sterbe ich immer. Ich beende alles und wir machen einen Benchmarktest, Quadrantstandard und dann AnTuTu Benchmark. So und jetzt seht ihr hier schon your device über dem HTC One X, sogar wir haben hier 5085 in total, wie ihr sehen könnt. Hier sind die Daten, CPU 2448. Im Vergleich mit dem letzten Test jetzt einfach, das ist natürlich ein High-End-Gerät gewesen, das Sony Xperia Z1. Da hatten wir 21.132 in total und hier nur 5000. Trotzdem, wie ihr sehen könnt, ganz oben. Machen wir weiter mit dem AnTuTu. So, beim AnTuTu Benchmark sieht das schon ein bisschen anders aus. Hier kommen wir mit 11.631 Punkten relativ weit unten auf der Liste an und zwar nur über dem S2, da drüber ist das One X, das Nexus 4, drüber S3, Nexus 10, Xperia Z, haben wir hier S4, Note 3. Ja, damit ihr einmal die Ergebnisse seht, wo wir hier so stehen, wie viele Punkte wir hier so bekommen. Ja, so viel zu den Multimedia-Funktionen. Schaut euch die Zusammenfassung an. Wenn ihr weitere Infos sucht, wollt, braucht, geht auf www.handy-mc.de. Wenn ihr Infos über Tarife wissen wollt, wenn ihr Geräte vergleichen wollt, dann geht auf www.handy-deutschland.de.